hallo liebe zielgruppe zu einem besonderen aber vor allem kurzen video wir wollen ein kurzes fazit machen 2019 geht langsam aber sicher dem ende entgegen ihr merkt es schneit nämlich auch schon ganz schön doll wir haben jetzt angefangen wir sind jetzt bei youtube die erste reise naja die lief nicht nach plan abbruch wegen krankheit aber dafür denke ich machen wir schöne reisen gemacht eine schöne osterreise eine tolle maireise eine fantastische morwing reise muss ich einfach dazu sagen und ja das war es dann aus dem jahre 20 19 ja ich glaube wir hatten ein paar hoffentlich sehr schöne ziele dabei ich hoffe dass euch das immer gefallen hat genau dass er auch spaß beim gucken hattet wir bedanken uns an allen fleißigen kommentatoren die fleißig kommentiert haben und fleißig geliked haben ja an unseren fleißigen abonnenten auch das herzlichen dank dafür freut uns dass das einigermaßen doch gefällt was wir hier machen und natürlich auch an alle die das video geguckt haben auch wenn sie vielleicht nicht abonnenten sind natürlich gilt deren auch ein sehr großes dank was kann man dann jetzt am schluss noch sagen wir wünschen euch eine sehr 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 besinnliche advents- und weihnachtszeit ja einen guten rutsch ins neue jahr genau kommt gut rüber und rutscht nicht zu dolle genau und wir können euch schon mal sagen wir machen natürlich auch im neuen jahr weiter das video was wir hier drehen ist auf einer reise die ihr dann sehen werdet und ja wir würden sagen jetzt zum schluss liken teilen abonnieren und wenn ihr abonniert vergesst das glöckchen nicht denn dann werdet ihr immer informiert wenn ein neues video von uns rauskommt genau und dann heißt es eigentlich nichts weiter zu sagen als stringle beds merry christmas irgendetwas und dann sagen wir mal genau bis dahin ciao ciao so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020